Dieses Video gibt dir alle wichtigen Informationen über den BenQ Projektor X3000i. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Der BenQ Projektor X3000i verspricht ein ultimatives Eintauchen in die Welt des Gummings und bietet ein beeindruckendes visuelles und auditives Erlebnis mit seiner 4K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Beginnen wir mit der Bildqualität. Der X3000i verwendet die Cinematic Color-Technologie von BenQ und bietet ein 100% DCI-P3-Farbspektrum für authentische und lebendige Farben. Mit einer Helligkeit von 3000 Blumen und HDR10 Unterstützung liefert dieser Projektor klare und detaillierte Bilder. Das 4K-Bild ist gestochen scharf und ermöglicht es dir, selbst die kleinsten Details in deinen Spielen zu erkennen. Die HDR Pro und Dynamic Black Technologien sorgen für beeindruckende Kontraste und tiefe Schwarztöne, die das Spielerlebnis noch immersiver machen. Ein weiterer großer Vorteil des X3000i ist seine geringe Eingangsverzögerung. Mit einer Reaktionszeit von 16 Millisekunden bei 4K und 60 Hz und schnellen 4 Millisekunden bei 1080p und 240 Hz bietet dieser Projektor eine nahtlose Steuerung und ein reibungsloses Gameplay, egal welche Art von Spielen du bevorzugst. Du wirst keine Verzögerungen bemerken und kannst dich voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren. Auch der Klang des X3000i ist beeindruckend. Die dynamischen Stereo-Lautsprecher optimieren die Klangpositionen und sorgen für ein immersives Klangerlebnis. Die Bon Jovi DPS-Technologie verbessert den Klang weiter und bietet eine klare Richtungs- und Detailwiedergabe. Diese Technologie bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Optimierung des Klangs. Die Technologie nutzt fortschrittliche Algorithmen, um den Sound in Echtzeit anzupassen und eine optimale Hörerfahrung zu bieten. Du wirst jedes Geräusch und jeden Toneffekt in deinen Spielen deutlich hören und das Spielgeschehen vollständig genießen können. Die BenQ automatische Farbkalibrierung sorgt für dauerhafte und genaue Farben über die gesamte Lebensdauer des Projektors hinweg. Mit einer LED-Lebensdauer von 30.000 Stunden kannst du über 10 Jahre lang lebendige Farben genießen, ohne die Lampe ersetzen zu müssen. Dies ist ein großer Vorteil, der dir Zeit und Geld spart. Der X3000i bietet auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Mit Dual-HDMI 2.0 Universal-Konnektivität kannst du deine Spielkonsole, deinen PC oder andere Geräte problemlos anschließen. Der EARC Audio Rückkanal ermöglicht Dolby Atmos und 7.1 Kanal Audio Pass 2, sodass du ein beeindruckendes Klangerlebnis genießen kannst. Als zusätzliches Feature verfügt der X3000i über Google-zertifiziertes Android TV und Google Play. Du kannst du eine Vielzahl von Apps herunterladen und auf dem X3000i nutzen. Du kannst Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney und direkt auf dem Projektor nutzen und deine Lieblingsserien und Filme in beeindruckender 4K-Qualität genießen. Darüber hinaus bietet der Projektor auch drahtloses Screen-Mirroring, sodass du Inhalte von deinem Smartphone oder Tablet direkt auf die große Leinwand übertragen kannst. Die Installation und Einrichtung des X3000i ist einfach und benutzerfreundlich. Mit der automatischen Keystone-Korrektur kannst du das Bild schnell anpassen und Ausrichtungsfehler korrigieren, um ein optimales Projektionsbild zu erhalten. Die Projektor-Linse kann auch manuell eingestellt werden, um den gewünschten Projektionsabstand und die Größe des Bildes anzupassen. Der X3000i verfügt über eine Vielzahl von Einstellungsoptionen, um das Bild und den Ton nach deinen Vorlieben anzupassen. Du kannst zwischen verschiedenen Bildmodi wählen, wie zum Beispiel Game-Mode, Movie-Mode oder Sport-Mode, um das beste visuelle Erlebnis für jede Art von Inhalten zu erzielen. Auch die Audio-Einstellungen können angepasst werden, um den Klang an deine Präferenzen anzupassen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Wir hoffen, dass dir das Video bei der Kaufentscheidung geholfen hat. Bitte klicke auf Daumen hoch und abonnieren, um unseren Kanal zu unterstützen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, die hier eingeblendet werden. Bis zum nächsten Video!